Hallo meine Lieben, ich wollte euch einfach nur mal ein kurzes Update geben zu meinem Curaprox-Code. Und zwar wurde mein Code noch einmal verlängert. Aktuell ist er gültig bis zum 30. September. Was danach ist, kann ich euch leider nicht sagen, ob er noch einmal verlängert wird oder nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber der aktuelle Stand ist, dass er bis zum 30. September gültig ist. Mit dem Code DRAMI20 bekommt ihr also 20% Rabatt auf alle Produkte, also auf den gesamten Bahnkorb, auf der Homepage von Curaprox www.curaprox.de und zwar nicht nur auf die erste Bestellung, sondern auf jede Bestellung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und beim Sparen. Bis dann. Ciao.